und weiter geht's im ewigen rennen mittlerweile sind wir im akt 2 in caldeum caldoium zaldon nö hier gibt es ja auch noch einen händler ich finde unten in den aquädukten alles mögliche dass das glitzernde zeug gefällt mir am besten zwei händler die preise mögen hoch sein aber die qualität ist jede münze wert ich kehre in die stadt zurück stiefel die meinen schaden noch weiter erhöhen 1249 vor den dinge mit solchen acht nehmen schneller umbringen jetzt man ich bin tot sagen kann die regelrecht das ding seid vorsichtig sie sind ganz nah seid ihr sicher diese straße sieht nicht passierbar aus ich habe gar nicht gesehen ich glaube wir haben sie vaporisiert hier von dem hinterhalt wissen ich bin eine verzauberin ich bin ich bin auch auf das schützt das volk schützt das volk eisenwölfe ich habe eine quest übersehen hier ist noch eine illusion die kultisten haben versucht ihre spuren zu verwischen aber ihre zauber sind schwach und es ist leicht ich werde alle weiteren spuren ihrer magie finden und eh und Oh ja, ja, ich kriege ja keine Kraft zurück und das ist so schnell. Oh, ein Wüstenheil. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Hier ist noch irgendwas Spezielles. Spezielles? Glaube ich. Ist hier die Mine oder? Naja. Okay. 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 Wichtiger als Fußspuren. Ich glaube es ist ein Fußspuren, ja. Reflektiert Schaden und vereist. Ja, du bist ja toll. Danke für deine Hilfe. Oh, der bringt mich um. Ach, das sieht immer so aus. Ne, das ist mit diesen Fliegeviechern nicht zu spaßen. Oh, level up. Und. Kann man ja schon wieder stehen bleiben. Noch ein Champ. Hey, cool. Der hält irgendwie nicht viel aus, oder? Ja. Boah, irgendwie ein Bärmisch. Torn, ich habe den Erfahrungsbonus nicht gekriegt. Seht nur. Noch mehr versteckte Fußspuren. Ops. Das hier war ja ernst, oder? Was denn? Dann läuft ja schon wieder weiter weg. Weil du davor bist. Ne, ich habe dann die Gegner besiegt. Bin dann den Fußspuren weiter nachgelaufen. Und irgendwer läuft dann plötzlich in die total andere Richtung. Ja, ich bin auf jeden Fall dorthin gelaufen, wo ihr den Champ gesehen habt. Um die Bärmischung loszukriegen. Wart, was ist jetzt los? Hallo. Das war ich auch gerade so gestockt, oder war das noch bei mir? Ne, dann bin ich. Hey. Aber da war einfach das Spiel auf einmal los, oder so. Das war wahrscheinlich mein... Was ist das? Ja jetzt. Das war's fürge care! Oh, das war's. Oh okay. Das war's. Wir Title für such Stands zum Beispiel war's. Wir Punchbar Check!... Wirking! Who ist ja das? Zwischenzeit irgendwie 1,5 Schaden jetzt. Nicht zwischenzeitlich dauerhaft jetzt, wegen, wegen Bonus. Champ, oh hier ist ein Champ. Teleport und Schadenreflekt. Was? Den Champ? Okay. Wenn du meinst. Sag dir bereits zu sterben? Ich bin nicht aus Chaldeum. Vielen Dank. Oh noch mehr Schaden, jetzt mach ich 1,6,4. Ich bin nicht aus Chaldeum, vielen Dank. Danke. Hier ist was zum reingehen. Ja. Sehr gut. Nehmen wir. Oh. Patrol. Das kenn ich gar nicht. Oh. Haben wir. Ja. Okay, wenn ich Gegner hab, wo ich raufballern kann, dann ist das okay. Dann kann ich den Schaden von denen aushalten, wenn ich das... Du kriegst einfach so ein Level ab. Boah, bist du gemein. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich das sehe. Oh, hier oben ist auch ein krasser Champion. Ein Illusionist. Du bist noch genau am Verteilen. Ja, ich hoffe... Den kannst du vergessen. Äh, da kommen... Warte mal, sind das 2 Champions, oder was? Ähm, ich seh nur einen im Moment. Ja, aber das ist nicht der, den ich gesehen hab. Nö, Diener. Das sind die Diener von ihm. Okay. Der Hauptchamp ist da. Er hat Becher. Und Schaden. Ja, ich meinte ich den, ja. Ach, kann ich... Ja, wir holen mal, es geht's. Wir sollten kurz innehalten. Damit er so ein Skill setzen kann. Ach, Quatsch. Doch, weil das... Wir sind ja einfach keine Chance gegen meine Blitze haben gerade. Oh, da geht's. Hier noch. Ach, da ging's weiter, ne? Ja. Ich bin euch überlegen. Oh, ist das laut, ey. Ist der Blitzregen. Ich find das hat noch den geilsten Effekt, dass die Klone auch noch immer so einen Special-Angriff übrig haben. Hätte. Achtung. Das ist kein so großes Problem. Problem ist, dass der Gegner gerade... Ist er gerade gestorben? Ne, das war halt... Wir haben noch hier Klone oder so. Illusion. Ah, die Kette macht doch ein Problem. Kann er jetzt eigentlich mehr die ganzen Vierer alle tun. Ey, noch mehr Schaden. Krass. Und Regener. Eins, sieben, zwei Schaden. Und Dornenschaden. Hey, das Zeug was die droppen ist alles gut. Weiß das auf jeden Fall. Genau. Gleich habe ich Level ab. Hä, warum habe ich eine 3 und einen Ball krank? Zauber. So, als Gegner irgendwie getroffen hatten. So. Irgendwie haben alle irgendwie das Problem hier den Außenposten zu finden. Hä? Der Außenposten ist ganz leicht zu finden. Haben wir auch schon gefunden. Versperrt. Ich muss den Weg durch den Außenposten von Kazim im Westen... Wer von euch läuft, der ist richtig? Der ganz links oder der ganz rechts? Oder der ganz rechts? Wer ist ich? Ich. Kennst du meine Stimme nicht? Ark Angel. Gareth? Du bist Gareth aus dem S-Effekt? Boah. Dass ich dich hier treffe? Hä? Ich weiß schon, dass das ein Codename ist, oder? Marc, hier liegt eine Schriftrolle der Alten. Kannst du die mitnehmen? Ah, nicht für Stürme. Boah, die Dün... Okay, der hält nichts raus. Und genau in meinen Arkanen Sternen reingefloben. Woah! Schnell weg. So, was habe ich hier gekriegt? Nix. Aber Level Up. Mal wieder. Blitzstoß. Hey, neue Wirbelstürme. Oh, das könnte gut sein. Das werde ich mal mit Meteor austauschen. Ah, hier ist eine prächtige Truhe. Der Archon könnte jetzt verbrennen, aber ich bin immer für die Klone. Die Klone sind einfach die geilsten Dinge, die es gibt hier. Hey Leute, das ist eine prächtige Truhe. Jaja, hier gibt es erstmal Gold. Das muss ich einsammeln. Beziehungsweise meine kleine Drohne hier aus Starcraft 2. Ey Leute, das ist eine prächtige Truhe. Oh, noch mehr Schaden. So, aus 1, 7, 2. Wird 1, 7, 5. Was ist denn das für ein Scheiß? Ernsthaft? Toll, das hat sich gelohnt. Ich zwischigs noises. Oh, das ist was ich? Is das ein mittelzentмues. Oh, der Oldallius schrót. Vielen Dank.